Gleich wieder zurückziehen, aber vorher werden wir noch einen Song singen. Kommt das jetzt mal einen singen? Und zwar ohne Instrumente. Wir wurden nämlich angehalten, nicht zu laut zu werden. Wir haben es vorhin schon mal gesagt. Und zwar deswegen nicht, damit das Personal, was quasi hier überall in den 498 Geschäften arbeitet, in der Lage ist, trotzdem Kundengespräche zu führen. Das ist ja wichtig. Wenn wir hier zu laut wären, dann können die bei H&M gar nicht mehr verstehen. Die gar nicht, wenn der Kunde fragt, was schätzen Sie, was habe ich von der Größe? Wo muss ich nicht beantworten? Warte das auch so? Er kennt alles seine Größe, war die Werner gefragt. Er weiß genau seine Größe. Er geht auch zur Verkäuferin und sagt, gucken Sie mich mal an, was könnte es sein. Klar, er macht das, also ich mach das so. Man kommt gar nicht ins Gespräch, die Sachen passen nie, aber schöner Nachmittag.